Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider 2, heute am 6.06.2017 um 20.52 Uhr, 20 Uhr, genau. Ne, ähm, ja, ich hab heute mal auf Sport verzichtet, hab gedacht, komm, ne, nach einem Biertrinken kannst du mal ein Ründchen aufnehmen, war auch nicht viel, waren drei Bierchen, ne. Ist also nur im Rahmen, also ich dürfe jetzt glaube ich nicht allzu sehr mit meinen Fähigkeiten, die eh schon sehr beschränkt sind, eingeschränkt sein. Ähm, wir sind auf jeden Fall beim letzten Mal, konnten wir die Bohrinsel erfolgreich beenden. Ich hab jetzt hier nur gar keinen Plan, was hier so abgeht. Äh, eine Sache vorweg, ihr habt ganz gute Vorschläge gemacht, muss ich mal sagen, ähm, was jetzt hier die Sachen nach Tomb Raider 2, oh fuck, scheiß, ha, 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 so viel zum Thema Bier und meine Fähigkeiten, ne. Ne, ähm, was jetzt hier, ähm, Crash, äh, in Zend-Trilogie angeht, hab ganz gute Vorschläge gemacht, weil ich hab ja gesagt, ja, komm, dann zocke ich die drei Spiele eben durch, ne, weil eben klappt bei mir nicht, also das wäre in Summe, zumindest wenn ich das mit alten Parts mal, oder mit alten Teilen mal vergleiche, bestimmt so um die 80 bis 100 Parts, alle drei Teile zusammen. Kann viel mehr werden, kann weniger werden, ich weiß es wirklich nicht, ich hab gar keine Vorstellung, was da vielleicht an Neuerungen drin sind. Ähm, ne, ne, dass ich das quasi abwechselnd spiele, dass ich dann quasi erstmal den, den ersten Teil spiele, dafür würde ich das Spiel hier auch pausieren, ja. Ja, danach aber, nach dem ersten Teil von Crash, ähm, das hier dann entsprechend beenden werde und nachdem ich Duke Vader fertig hab, dann Crash Bandico 2, das Remake machen würde, ne, und dann, zu guter Letzt, äh, nachdem noch ein anderes Spiel kommt, wahrscheinlich, äh, werde ich dann wahrscheinlich nicht, äh, Crash als erstes machen für den Playstation 2. Ach, guck mal, ein Schalter, schön. Geht da mit der Ventilator aus, das wäre schön. Auf jeden Fall, wenn ich das dann fertig hab, dann letztendlich den dritten Teil von Crash Bandico machen werde, dann noch ein anderes Spiel, Spiel werde, was nicht Crash betrifft, und zu guter Letzt dann, doch, mit dem Quest-Spiel mal weitermache. So viel Gebrabbel, für nichts, für keinen Inhalt. So, jetzt können wir uns mal auf das Spiel konzentrieren. Ich hab grad Gyros gegessen, war sehr lecker. Nur, wenn das Schlimme ist, wenn ich aufstoß muss, dann riecht man das. Also, ich riech's und ich schmeck's. Ist immer noch lecker, aber auch Ebi nicht. So, was ist das für ein Hebel gewesen? Da komm ich, glaub ich, gar nicht raus, oder? Ja, doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm ich da her? Nee, ne? Ich glaub nicht. Nee, kam ich nicht her. Ich hab die Tür jetzt auch aufgegangen, kann das sein? Ich behaupte mal einfach ja. Ach, guck mal. Sind das nur Baseball-Spagos? Ich glaub schon, oder? Oh, ein bisschen zu hinten. Oh, Scheiße! Wo musst du denn her? Mein Schätzchen. Zwei von den Schieß-Spagos. Doch, geht doch. Ja, hoffen wir mal, dass es so gut weitergeht wie beim letzten Mal, weil die letzte Aufnahme war für meine Fälle, wie gesagt, sehr gut, dass ich einfach mal innerhalb von einer Aufnahme ein komplettes Level geschafft hab, ne? Hab ich mir niemals von träumen lassen. Äh, mal kurz gucken. Da ist Wasser. Da könnte ich reinspringen. Könnte schon mal ein bisschen tauchen, gucken, ob da was abgeht. Äh, sieht jetzt aber von der Seite auch erstmal nicht so aus. Wahrscheinlich würde ich das Springgezumpel auch irgendwie hinbekommen. Aber Moment, Moment, Moment. Da sind noch zwei Leute, die ich auch gern... Komm, töte sie, töte sie, töte sie, töte sie. Ja, ja, komm. Möchtest du nicht? Nee. Soll ich die töten, wenn ich hinten bin? Ich glaub, ich lass nur einmal kommen. Oh, sorry. Mein Auge ist grad absolut allergisch. Es kam ja natürlich grad genau, wenn ich mein Auge gekratzt hab. Äh, ach komm, dann leck mich doch. Gut, dann geh wir erstmal weiter. So, was ist hier? Noch eine Treppe, okay. Mich ein bisschen gefallen. Ah, und hier ist Wasser. Gut, von mir aus. Nehmen wir mit. Ich hoffe nur jetzt keine Sache, die mich irgendwie direkt tötet. Ah, okay. So schon in dem Raum. Gut, bringt mir leider nix. So ein Sheet. Ich kann mir fast vorstellen. Ne. Ich hab mir gedacht, vielleicht kann man hier irgendwie das Wasser ablassen. Dann könnte ich hier irgendwie weiterkommen, aber das ist wohl auch nicht der Fall. Arbeit war heute eigentlich, äh, ja doch, war schon kacke. Weil, äh, der Problem war, ich war halt Freitag auf der Messe, ne, in München. Musste dann halt noch, also am vorigen Tag, also am Donnerstag, letzte Woche, hab ich halt auch noch die Messe so ein bisschen vorbereitet. Davor hatten wir Besuch aus dem Ausland, ne. Das heißt, ich muss jetzt quasi drei Tage Arbeit nachholen. Ist nicht so cool. Aber hier speichere ich jetzt erstmal ab. Das heißt, ich musste heute einiges nachholen. Oh, mein Chef hab ich auch ein bisschen eingespannt. Gut. Ist halt mein Chef, der darf das. So, Moment. Speichern wir erstmal ab. Jo. Machen wir. Gut, ich bin mir nicht ganz sicher. Schaff ich das so? Ja, schaff ich. Ach, shit. Ihr habt gesehen, was ich machen wollte, oder? Ja, bevor ich da nach oben schwimme, kann ich lieber neu laden. Ich weiß nicht mal, ob das der richtige Weg ist, den ich jetzt hier einschlagen möchte. Aber vom Anfang her, denke ich mal, ist das bisher noch ganz in Ordnung, was ich hier treibe. Ich werde gleich noch ein bisschen Discjammer zocken. Oh, Discjam heißt das, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht genau. Erstmal nehme ich auf. Ja, tue ich. Sehr gut. Okay, jetzt mal den Sprung hier wagen. Der tut mir weh, der Haken. Alter, der tut mir aber ganz schön weh. Das, das, damit habe ich, ich dachte, der schubst mich nur runter. Äh, okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Das muss ich natürlich vorher wissen. Warum? Okay, der ballert mir halt voll vor die Hirse, aber mein Gott. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Ich habe Pfeile im Kopf und so. Gut, im Endeffekt ist es aber das gleiche Prinzip wie die Kisten. Und ich habe mich beschwert, dass ich die, äh, nicht gesehen habe, wie sie eine Tür geöffnet hat im letzten Level. Bei dem Ventilar, also bei dem Lüftungsgedöns. Kann ich nachvollziehen. Die Beschwerde ist gerechtfertigt. So, warte mal. So, den hier. Und, jepo. Dankeschön. So, ich glaube, hier kann ich mich jetzt einfach erstmal gefahrlos draufstellen, wenn ich mal was passiert. Sehr gut, okay. Okay, kann ich eigentlich so machen. Ich brauche, Figi voll. Ja, hat funktioniert, sehr gut. So, nun. Ach, guck mal. Um der erste Spargo, würdest du bitte... ...ext noch kurz Pause gemacht, damit ich den anschieße. Und der ist auch tot. Sehr gut. Mein Medipack. Was gibst du mir her? Das Schöne ist, um die Uhrzeit ist es natürlich auch nicht mehr so hell draußen, ne? Gestern hatte ich noch ein bisschen mehr Probleme. War heute generell nicht so warm. Fand ich sehr angenehm. Und ein bisschen stürmisch auch. So. Was geht hier jetzt ab? An der Mann ist nix. Guck mal, Rone. Okay. Mhm. Absoluter Noob. Puh, Scheiße. Halt dich... Ja gut, das hat ja hervorragend funktioniert. Ha, super. Naja, egal. Wir haben gerade gespeichert. War auf jeden Fall ne gute Idee. Mit Geheimnis können wir auf jeden Fall nochmal fix sammeln. Ich hab auch mitbekommen, wenn ich nur anteilige Geheimnisse sammle, bringt mir jetzt gar nix, ne? Also, wenn dann ganz oder gar nicht. Unterschied würd's nicht machen. Ja, kann ich mal kurz runterfallen. Aha. Was ist das eigentlich für Reliquien, die wir hier finden? Und hier, oh, und halt dich fest. Warum hält dich sich denn nicht fest, die Frau? Kann mir doch bitte jemand erklären? Mach ich da irgendwas... Offensichtlich mach ich da ja irgendwas falsch, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich überleg grad. Ich könnte natürlich rückwärts springen mit dem 180, um mich dann versuchen festzuhalten. Oder ich springe ein bisschen später ab. Aber ich hab das Gefühl, ich würde zu tief fallen, dass ich mich nicht mehr festhalten kann. Weil ich erreiche eigentlich andeutig diese, diese Kante. Mach ja mal nach. Toll. Jetzt schaff ich's natürlich, ne? Es ist so erbärmlich. Ich will das Geheimnis haben. Ich hab's doch keinen Anspruch darauf, hier 100% zu erfüllen. Weil das schaff ich eh nicht mehr. Ich hab ja schon ein paar Geheimnisse übersehen. Aber zumindest die, die ich finde, die möchte ich wenigstens sammeln. Ne? Gut, letztes Level. Da wusste ich nicht, wie ich den Ventilator auskrieg. Oh, das war jetzt nicht unbedingt ein Ventilator. Das war schon ein Schiffsrad. Ich find das Lade da oben ist ganz schön... Also ist recht schön in den Hintergrund eingebunden. So. Halt dich fest! Dankeschön. Hast zwar nicht gemacht, aber du bist runtergefallen. Das ist das, was zählt. Aha. Ich glaub, was mein Fehler war, ähm, ich darf mich nicht versuchen festzuhalten. Wenn ich direkt da drauf springe, dann scheint es besser zu funktionieren. So, und einmal so zack! Und... Funktioniert. War zwar knapp, aber ist ja egal. So, links oder rechts? Ich geh ja meistens... Okay, rechts ist einfach mal gar nichts. Oder? Ne. Auch kein Item. Das heißt, da kommen wir jetzt in den Gegner und ich kann ein bisschen nach hinten ausweichen, oder was ist jetzt hier los? Aber so wie im ersten Level, dass es dann so eine, so eine, äh, Kombos an Fallen gibt, das gab's ja jetzt gar nicht mehr seitdem, ne? Das ist mir grad mal so aufgefallen. Einmal hoch, hoch. Aber ich muss sagen, der, also dieser Abschnitt hier generell mit den Bohrens und so, der gefällt mir bisher ganz gut, der ist nicht so verworren. Ich kann's alles noch ganz gut nachvollziehen, wo ich jetzt lang gehe und wo ich lang gehen muss und so. Oh, dafür dauert das viereinhalb Jahre, bis ich oben bin. Nein! Nein! Ich sag, der X-Knopf macht, glaub ich, nicht mehr so lange. Ich hab sehr viel geraucht grad, tut mir leid, das ist halt immer mit dem, mit dem Bier, wenn's so lecker ist, ne? Bin auch schön nach dem Essen. So bin ich im Hals so ein bisschen froschig. Alter, wie hoch ist das denn? Was ist hier los? Wahrscheinlich kann ich mich da auch irgendwie, äh, nach hinten absp- äh, abprallen lassen und dann, dann erreiche ich irgendwie eine andere Stelle, wo es dann vielleicht das zweite Geheimnis gibt. Aber gut, das Risiko geh ich jetzt nicht ein. Ach, guck mal, was da ist. Offensichtlich irgendwo, wo ich stehen kann. Dankeschön. Lass mich nicht los, Frau, ne? Kurz über das Ziel hinaus, so, zack. Wenigstens nur einmal nach unten gucken. Okay, sieht's. Ah, da ist aber wirklich was, ne? Seht ihr das? Die Kante da? Ja, ne? Wir wollen mal versuchen, hinzukommen. Machen wir. Nein! Stopp, stopp, stopp. Moment. Das wollte ich tun. Jo. Wie oft hab ich jetzt gespeichert in den ersten 10 Minuten? 14 Mal ungefähr. Ah! Hahaha! Gut. Auf ein neues. Ich glaub, ich klem mich direkt erstmal da oben irgendwie dran. Ich spring einfach mal da hinten, weil da müsste ich ja eigentlich sehen, ob ich da wirklich hinkomme, irgendwie. Weil es sah für mich ja zumindest so aus, als wenn da eine Stelle gewesen wäre, wo ich wirklich hinkomme. Aber das werden wir sehen. Okay. Komm, gib gaisen. Und jeps. Ho. Hältst euch hier nicht fest, Frau! Warte! Mann! Ich hasse es! Wie mach ich das? Ich habe da noch keinen Weg gefunden. Einfach hinlaufen und Arme rausstrecken? Das Problem ist, ich kann ja relativ weit nach rechts gehen, wenn ich hier von der Leiter abgehe. Aber ich kann von dieser Stelle nicht wieder da dran gehen. Das ist das, was mich gerade ein bisschen kaputt macht. Ich kann auch wirklich nicht weiterkommen. Vielleicht möchtest du... Ne. Ah, okay. Hm. Wie mach ich das denn jetzt? Moment. Hey! Sie hält sich nicht fest. Es ist zum Kurzen. Und ich glaub, man kann da wirklich hin. Ihr wisst, was ich vorhab, ne? Ich möchte da gerne mal runterklettern und schauen, ob da nicht hinten doch noch was sein könnte. Aber ich krieg's leider nicht hin. Wahrscheinlich hab ich hier wirklich irgendeine Möglichkeit noch nicht entdeckt, wie man sich bewegen kann. Aber das kriegen wir schon noch raus. Ähm. Nein. Ja, mein Gott. Ich krieg's leider nicht hin. So, ich mach noch einen letzten Versuch. Und ich versuch direkt auf die Leiter zuzulaufen und mich dann festzuhalten. Wenn das nicht klappt, dann ist es halt so. Was glaub ich, ob mein Bruder jetzt die Sachen hier mitzählt, wenn ich hier einfach runterfalle und dann wieder neu lade. Im Endeffekt ist es ein Tod. Den hätte ich verdient. Moment. Mal so. Ja, dankeschön, Lara. Dankeschön. Bitte einmal mit Füßen und so. Dankeschön. Schiebs. Hups. Ich hätte gerne jetzt einen Rückspiegel oder so was. Fuck. Wo muss ich hin? Äh. Ich spring einfach mal. Mut zur Lücke. Da. Seht ihr? Ich kann da wirklich hin. Hab ich doch gesagt. Okay. Hier muss ein ganzes Stück nach unten. Ist in Ordnung. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Das sind jetzt experimentelle Tote, ne? Das sind halt Tote für die Wissenschaft. Da muss man auch mal Opfer für eingehen. So. Und nochmal. Zurück. Bisschen neigen und halt dich fest. Warum hältst du dich jetzt schon wieder nicht fest? Mann. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu weit nach links geguckt, ne? Ja, ich bin geguckt. Das stimmt, ich hab jetzt aber überhaupt keine Abschätzung, von wo ich wann abspringen muss. Das Gute ist, wenn wir es einmal haben, können wir es speichern. Im Gegensatz zu den anderen Teilen, ne? Und dann ist das Thema durch. Ah, ja, komm. Aber in jeder Aufnahme muss es eine Stelle geben, wo ich echt scheiße bin. Ich geh nochmal ein bisschen näher dran. So. Und einmal. Hoh. Die hält sich nicht fest. Ich könnte im Kreis brechen. Was ist hier los? Na, ich muss nicht so steil gucken, ne? Ah, die ist sehr zickig, was das angeht. So, okay. Einmal zurück. Einen Schritt nach vorne. Ganz leicht nach links gucken. Hoh. 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 So. Und einmal. Dankeschön. Geht doch. So. Ich muss auf jeden Fall ein ganz Stück nach unten. Ich hab mir echt überhaupt gar keine Vorstellung, wie viel das jetzt ist. Fuck. Was ist, wenn ich jetzt hier speicher? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung. Darf ich speichern, wenn ich da drauf? Ich muss eigentlich nur erst gedrückt halten, ne? Iiiiih. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Ist auch Rumprobiererei auf jeden Fall. Ich weiß ja auch noch, da gab es bei Tomb Raider 1 auch noch so eine Stelle. Da hab ich echt relativ lang gebraucht, um zu versuchen, dass ich mich dann falllasse und wieder rechtzeitig festhalte. Das hab ich auch nicht geschafft. Das war auch irgendwie ein Geheimnis. Versuch mal von hier. Hoi. Okay, noch ein Stück tiefer. Ist in Ordnung. Spielladen. Jo. Wahrscheinlich nur für ein Geheimnis, ne? Aber wenn ich dadurch eine Waffe bekomme, die ich sonst nicht bekommen würde, gerne. Auch Munition reicht oder Medipacks. Ich lebe mich sogar mit Fackeln zufrieden. So. Ein Stückchen runter. So. Moment. Ich denke... Jetzt könnte es vielleicht passen. Ha! Ha 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 ha! Jetzt gibt mir was Tolles. Vielleicht muss ich da sogar hin. Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Was? Was ist das denn? Ich hätte da gar nicht hingemusst. Ich schätze mal, ich kann nicht irgendwie Wasser einlassen. Oh mein Gott, ist das schlimm. Boah, ist das schlecht. Oh no. Gut, war alles für den Arsch. Nun gut, da weiß ich wenigstens Bescheid. Oh man. Ich fand das mal voll das gute Geheimnis hier. Ah. Kacke. Jetzt habe ich mich einmal angestrengt, ein Geheimnis zu bekommen, ne? Und dann sowas. Das ist frustrierend. Singidi! Halt dich fest! Und das dauert wie ein Dreivierteljahr, bis wir oben sind. Aber hey, bis dann haben wir wieder Weihnachten, ne? Okay, wir haben schon Juni. Oh mein Gott. Das ging auch bisher so schnell rum, ne? Was schlimm ist, was mir auch aufgefallen ist, das habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt, in einem der vergangenen Videos, wir haben einfach keinen Frühling mehr, ne? Wir haben... Es ist einfach arschkalt, das wird einfach nur kacke. Und dann ist es richtig heiß. Also dass man so langsam so, ne? So diese Zeiten, wo es dann so 20 Grad, 19 Grad mit Sonnenschein gibt, die gibt ich gar nicht mehr. Also mir ist schon seit ein paar Jahren jetzt mal aufgefallen, dass die irgendwie nicht mehr existieren. Äh... Äh... Liegt da noch was für mich? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah doch, da liegt doch noch was. Ich bin fast in der Textur verschwunden. Och mein Auge, tut mir echt leid, ne? Aber es juckt wie Sau. Scheiß Allergie. Und ist hier? Ich denke mal, ich muss springen, oder? Ne! Bin ich wieder hier. Boah, ist das erbärmlich. Boah, ist das erbärmlich. Gut, dann kann ich auch wieder neu laden. Scheiße. Oh, wie schlecht. Gut, ich hab jetzt noch nicht so ganz gerafft, was ich jetzt hier machen muss, um ehrlich zu sein, wenn ich da runterrutsche. Ah gut, dann kriegen wir schon noch raus. Kletter mal wieder hoch Wäre cool, wenn ihr da hochspringen könntet Aber es gibt halt so viele Spiele, wo das Klettern einfach revolutioniert wurde Legend of God of War Wie schnell es da geht, ne Ist ein Träumchen